Musik 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 Ein Glück, da ist sie. Hey, hoffentlich ist sie nicht sauer. Hey! Hey! Okay, sie ist sauer. Schön, dich zu sehen. Der Typ, wegen dem ich gestern die ganze Zeit auf dem Scheißdach verbracht habe. Ganz ehrlich, verpiss dich. Ich habe echt schon genug Stress in meinem Leben. Da brauche ich nicht noch dich. Warte mal, hör zu. Es tut mir wirklich leid, aber ich konnte gestern wirklich nicht. Ach, du konntest nicht. Wegen deinen ganzen anderen Tussis oder was? Was für Tussis? Nein. Ich musste auf meine kleine Schwester aufpassen. Und meine Mutter hat sehr lange gearbeitet. Wie alt ist denn diese angebliche Schwester? Acht. Geburtsdatum? 9. April 2003. Du glaubst mir nicht? Irgendwie nicht, ne. Was soll ich dir denn noch erzählen? Lieblings Eis, Schokolade. Ich mein's ernst. Ich kann dir alles erzählen, ey. Ich erzähle dir doch... Okay, okay. Schon gut. Das nächste Mal aber Bescheid sagen. Sorry. Wirklich. Jaja, okay. Ich erzähle dir doch keine Märchen hier. Na gut, ich glaub dir. Danke. Mann, Boris. Doch nicht jetzt. Na ja. Sieht wohl so aus, als müsste ich jetzt der mysteriösen Videobloggerin wieder hinterherjagen. Ja. Es gibt da so ein neues Video. Total daneben. Hast du's schon gesehen? Ich hab noch nichts gesehen. Wieso total daneben? Keine Ahnung, aber irgendwie hat die Olle total das Rad ab. Na ja, sehen wir uns vielleicht später. Was hat sie denn? Eierl. Ähm, ach so. Ich weiß es noch nicht. Ich hab ne Menge zu tun. Was hab ich denn jetzt gesagt? Alex. Hi. Sascha hatte die richtig gute Idee. Wie wir rauskriegen, wer hinter dem YouTube-Account steckt. Super. Ja. Und was mache ich? Bloggern hinterherjagen. Na ganz toll. Hast du das Wichtigeres so im Kopf? Nee, nee. Nee, Manja. Nicht zwei. Zwei sind zu viel. Du musst dich für einen entscheiden. Hey. Hey. Was machst du denn hier? Hi. Wer bist du? Manja? Das ist Hayal. Hayal. Das ist meine kleine Schwester Manja. Hey. Hallo. Warst du gestern mit Alexis verabredet? Manja, halt die Klappe. Eigentlich schon. Du, was sieht cool aus? Meine kleine Schwester. Sieht auch cool aus. Na ja, auf jeden Fall steht Manja ja jetzt total auf dieses Musical. Ich träum sogar nachts schon davon, ey. Ach du Armer. Wieso tanzt du immer nur für dich? Ich halte ja wirklich nicht viel von diesen Lunatics. Also ich hab dich ja auf dem Dach gesehen und du warst richtig gut, Alex. Wirklich. Komm, ey. So gut ja nun auch wieder nicht. Doch. Du bist richtig gut. Ich weiß nicht. Das macht einfach niemand von meinen Freunden. Und würde ich bei den Lunatics tanzen wollen, die würden mich doch sowieso nur auslachen. Der Lotsenspieler, der einen auf Streetdancer macht. Das glaubst du doch wohl selber nicht, oder? Ich weiß nicht. Also Moisha und Seda, die haben doch grad voll Stress. Lamin war auch so dumm, einfach vom Dach zu fallen. Ich denk, wir brauchen sicher jemanden. Manja, wo wart ihr denn? Wo ist denn der Alex? Da? Komm, fahr schon mal vor. Ich komm gleich. Hi Mama. Wo warst du? Ich war einkaufen. Der Kühlschrank ist leer. Ich will nicht, dass du dich rumtreibst. Mama, was heißt denn hier rumtreiben? Das weißt du ganz genau. Wir reden zu Hause drüber. Ja, was ist? Komm. Oh Mama. Das ist doch nicht dein Ernst. Komm. Jetzt. Nein. Nee. Mann, nee. Alex. Nein. Alex. Nein. Du hast die Macht. Du musst dich, du musst dich nur trauen. Du musst dich, du musst dich nur trauen. Nun. So können wir chosen?